Ey, der Set Rifle, cool. Ah, ich habe keine Scheiß drauf. Level 7. Es passt eigentlich. Dann nehme ich halt die SMG. So, wir müssen wieder zurück, wir haben alle Klimflug zusammen. Gut. Alter, Gomera, wie weit hast du gespielt? Also, wo wir letztens waren. Ey, Leute. Wir waren schon sehr weit, also ich habe sehr viel gespielt. Diese Knarre finde ich total nice. Welche? Boah. Zeig mal, komm mal her. Easy hier, hallo? Ja. Hier. Der hat auch einen ganz coolen Visier. Oh ja. Alter. Das ist ein Sturmgewehr, ne? Ja. Die haut rein, Alter. Die geht richtig ab hier. Aber trotzdem finde ich es irgendwie scheiße, dass Gomera irgendwie ver-overpowered ist. Also im Verhältnis von uns, also. Ja. Das ging halt nicht anders. Ja. Du brauchst es besser. Tut mir leid. Oh, scheiße. Leider. Aber ihr seht ja wie langsam ich levele. Leider. Weil bei mir dauert das jetzt immer länger, weißt du? Ja. Das ist ja immer so, je höher man aufsteigt, desto länger braucht man länger. Bis dahin habt ihr mich schon wieder eingeholt, weißt du? Ja. Mal gucken, ne? Oh, Leute. Leute, ich hab die Monster ganz schnell gekillt, ey. Komm mal her, oder wir starten mal. Oh, mit der Knarre, ey. Wartet. So. Leider. Leider. Ey, warte doch. Oh, Mann. Kannst du doch gleich auf der anderen Seite. Reg dich nicht auf. Ich war aber grad am Monster killen. Und dann du so direkt zur Reise. Ja, nur Munitionsverschwendung. Ja. Hätte ich nicht geschadet, hätte Zocki gestartet. Wir wollen halt weitermachen, weißt du? Erfahrung halt. Erfahrung. Oh, Erfahrung. Du kriegst ja genug. Du bist bald so vollgestopft mit Erfahrung sein, dass es dir aus den Hosen wieder rausfällt. Oh, da kommen sie, ich höre sie schon aus. Den Löchern kommen sie gekrochen. Die sind aber richtig easy mit Level 2. Da ballert man einfach kurz drauf, dann war's das schon. Das macht dann auch Spaß. Ja, genau. Nicht so schwere Gegner, Alter, mit Level 8 und so. Mir ist grad aufgefallen, dass die Waffe, die ich jetzt gerade habe, nicht vollautomatisch ist. Okay. Hat Einzelschuss oder Dreier Burst? Äh, Dreier, Dreier Burst, ja. Okay, ich hasse Dreier Burst Waffen. Ich auch. Mag ich nicht so, ich hab lieber Automatik. Ich auch. Und Einzelschuss gefällt mir auch nicht so gut. Das passt irgendwie nicht zu nem Sturmgewehr, ne? Ja. Das muss einfach die ganze Zeit durchballern. Sonst ist das für mich kein Sturmgewehr. Ähm. Warte. Ähm. Ja. Äh. Ich mach jetzt alles auf, Sanitäter als erstes. Also so, damit ich viel mehr Leben habe. Ja. Erstmal. Wie lange nehmen wir schon auf? Äh, circa 50 Minuten. Okay. Riecht nach. Alter Guter, äh. Ey, Alter, dann können wir ja nur noch Videos hochladen. Naja. Also ich hätte schon auch Bock, jetzt nur Zeitlang zu zocken hier. Also es macht, macht auf jeden Fall Laune, ja. Ja. Warum nicht? Wir auch. Weil wir die Zeit haben. Alter. Alter Mann. Für Leib und Leben. So. Missionen für Leib und Leben. Catch your right. Okay. Muss wir da hinten hin, oder? Alter, der Gomera, ey. Geht immer irgendwo hin. Ja, jeder macht sein Ding halt, ne? Oh. Hey, Sniper mit der Sturm, äh, Sturmvisier. Das ist doch nice. Auch wenn das lange noch kein Sniper ist. Machst du grad Gomera? Ja, du musst benutzen. Okay, ja. Ich bin der Host da hier. Ja, mach mal das Raketenauto, ne? Im Team gibt's keine Solo-Solotone. Welches Raketenauto? Kommt das noch, oder was? Hast du kein Auto gespawnt? Neue Mission steht hier. Ach so. Da müssen wir erst die Mission dafür machen. Machen wir die, okay? Ja, gut. Boah. Also jede Mission hat ja ihren eigenen Schwierigkeitsgrad. Genau. Ja, ist ein bisschen blöd. Was müssen wir machen? Dass man sich grundsätzlich einstellen kann. Bonehead. Ah, wir müssen da hin, komm mit. Das sind die Viecher. Warte, ich kille einen kurz. Oh, da kommen sie. Alter, kommen immer neue. Aber ich geh damit ab. Und wenn die Level 2 sind, dann sind die einfach nur easy. So, jetzt wird's schwierig. Das sag ich euch. Wir müssen Bonehead erledigen. Oh, Bonehead. Das ist der eine da, der kämpft, ne? Ne, das ist so ein Großteil mit so riesen Masken und so'n Scheiß. Der ist da hinten, wo du bist. Da gehst du rein. Können wir uns mal Munition holen? Ja, würd ich auch mal vorschlagen. Ich hab voll. Geld ist ja eigentlich genug da, denk ich mal. Genau, deshalb könnten wir uns auch mal leisten hier. Ja. Waffen-Upgrade wäre auch nochmal von Vorteil. Wir haben vor allem, brauch ich auch helfen. Ja, ich benutze die voll selten, irgendwie. Ich baller lieber mit SMG rum. So. Repeater-Pistol hab ich genug. SMG. Oh, ich hab ja genug Geld, Alter. 2.000. Ich bin mich gerade am reinschreichen. Dann könnte ich ja eigentlich... Was? 2.000 gerade? Ich hab 5.000. Ja, ich bin auch nicht so ein Geier wie du. Wenn man's mal beim Namen nennen will. Ich sag mir ja nur... Das ist wahr. Das ist ein, was irgendwo rumliegt. Aber wahrscheinlich liegt's ja auch daran, dass ich immer Waffen verkaufe wahrscheinlich. Ja, ich verkaufe etwas seltener. So. Kaufen, Rückkauf, Verkauf. Da könnte ich aber... Die Sniper verkaufe ich jetzt mal. Die hat 57 Schaden, die brauche ich eh nicht. D-Verlustgefahr. Der Clipper. Oh, ich hab hier die Frantic Machine Gun, ne? Die hat 27 Schaden und Zielgenauigkeit 74. Das ist nicht schlecht. WTF? Alter, ich hab voll den Epic Sniper. Ja? Schaden 70, Zielgenauigkeit 97 und Feuerrate 3,4. Okay. Oh, die ist ziemlich stark. Der hat einen Wert von 674 Dollar. Boah. Alter, den muss ich mal aufrüsten dringend. Na, Revolver hab ich eh keinen. Weiß drauf. So. Bäm. Dann hol ich mir glaube ich gleich noch Medikit oder so. Warte mal. Schaden 30. Schaden 6. Die ist auch nicht so gut, die Terriore. Ja gut. Das reicht erstmal. Oder? Oder kann ich noch SM4 Munition holen? Ne, ich hab alles. Das Maximale, was ich nehmen kann. Ach, noch Sniper, Gewehr... Ich muss mal holen. Ey, irgendwie erweitert sich meine Gesundheitsanzeige. Das ist jetzt schon auf 205. Man hält jetzt immer viel mehr aus. Das liegt an dem Fähigkeitspunkt. Ja. Kann ich eigentlich nochmal aufrüsten? Und der Gomera schießt erstmal. Da alles. Ich hab den Boren jetzt schon erledigt. Nice. Oh, ich hab noch zwei Punkte. Wie soll... Ich tu am besten wegen Rüstung hier nochmal. Ich hab zwei... Jetzt hab ich... Ich hab 20% mehr Schild Kapazität. Also ich habe... Boah, geil. Ich habe eine... Komm schon da durch. Da kann ich gar nicht durch, ey. Fuck. Wir müssen außen rumlaufen. Wir müssen außen rumlaufen. Ich weiß, wo's hingeht. Verarschen, ey. Hast du Bonehead gekillt, oder? Ja klar. Alter, du machst alle fertig. Der hat... Der hat... Der hat sogar einen Bone Shredder bekommen. Und da ist er gleich tot. Ey, wann können wir mit... Die haben Granate geworfen. Die haben Granate geworfen. Okay, wir kommen zu dir. Scheiß drauf. Ey, wir probieren irgendwie... Mit was sollen wir kämpfen gegen die? Ich glaub, Shotgun wir haben... Ja, Shotgun ist sehr effektiv gegen die. Ja. Hier ist aber nur noch einer, glaub ich. Aber ich hab halt keine mehr. Ey, ich probier's mit der SMG. Hab ich eh genug, äh... Munition für. Ah, du lebst ja wieder. Ich hab mich hier in neue Stärke und so'n Scheiß. Ah ja, wenn du einen killst, ne? Ja. Das ist sehr praktisch. So, dieser Daumen. Ich hab mit meinen anderen Kollegen sogar hier Probleme, ähm... Den zu killen irgendwie. Wir sind immer gestorben. Ist auch aufgeregt. Was haben wir hier? Oh, Geld, Geld, Geld. Hier müssen wir mal gucken, hier ist überall was. So. Aufnahme läuft auch noch. Perfekt. So. Boah. Das war's, ne? Ne, gibt's hier nicht. Hier ist noch ein Klo. Doch, hier. Ne, das ist alles toll. Hier, was ist das? Was ist das, der Aufzug? Nur so'n grünes Teil, da kann man nichts drauf nehmen oder so. Da drauf drücken. Hier ist noch. Yeah. Boah, 2700. Ich hab 3.668 Dollar. Ja. Boah. 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 Ich hab richtig Bock drauf. Da kommen Viecher. Ich glaub ich, ich äh. Oh, der hat. Das ist Level 10, Alter. Ach du Scheiße. Wo denn? Hilf mir mal bitte. Okay. Komm mit zur Key. Na gut, dann komm ich auch nochmal. Ach, schon tot. Wo hängst du? Wo hängst du? Wo, wo? Guck einfach auf die Karte. Das ist down. Aber mit der Shotgun gehst du einfach nur ab, Alter. Aber helf mir am besten mal. Alle ballern drauf, Alter. Wiederbelebt der noch. Okay. Hab's. So. Alter. Der hatte jeden... Boah. Der hat voll viel Leben gehabt. Der war stark, aber das ging eigentlich. Wenn man zu dritt gegen die fightet, dann ist das recht easy, ne? Ja. So. Guck, die leben halt ein neues Inventar, dann haben die neue Aussage, weißt du? Das meintest du ja, weil sich das ja immer ändert. Ausrüstung haben die, ne? Ja. Andere. Geil. Neue Waffen oder so. Ja. Das meinte Kossil ja, weil die dann immer andere Sachen haben. Mhm. Das ist ganz gut, find ich. Also ist auch Abwechslung dabei. Ja, richtig. Leute, warum geht ihr denn nach da? Wollte ich grad sagen. Wollen sie gucken, was die für... Hier. Ah, die haben neue Waffen. Okay. Nächstes Level. Oh, die haben schöne Waffen. Guck mal, vorbei. Hey, guck mal, wir leveln voll schnell. Von daher ist das nicht so schlimm, wenn Gomera Level 13 ist. Die Piss-Waschhürde. Du hast Skill-Punkte erhalten. Drücke Rückfass, um die auszugeben. Ja. Puma gefahren. Hä? Ist der Puma das Auto oder was? Ey, Leute, wir haben... Ja. Das sind die Autos. Wir können uns... Genau, wir können uns jetzt... Boah, ich freu mich, Alter. Jetzt rasier ich sie richtig mit dem Granatwörfer, Alter. Einfach nur geil. Holt euch die Karre und dann lasst ihr euch direkt in den Fahrersitz spawnen. Okay. Fahrzeug generieren, mach ich jetzt. Rocket Launcher. Warte, ich nehm' MG. Machine Gun, ja, Machine Gun. Das ist ein echtes Schätzchen. Farbe, kann ich nicht wählen oder was? Anscheinend. Fahrzeug generieren. Ey, ich kann das nicht generieren. Warum nicht? Hä? Ohohoho. Ey, ey, ey. Joki, du spielst... Äh, Gomera, spielst du mit? Ja, ich bin grad drinnen in deinem Auto. Ah, da hat's noch kein Auto. Ja, aber ich hab' keinen MG leider. Ey, zock, äh, Dings. Komm schon da durch, da durch. Korsiel, willst du... Ne, das geht nicht. Willst du ans MG, äh, Dings? Ich muss ja... Lass mich mal fahren. Okay. Wie denn aber? Du kannst Raketen feuern. Warte, warte, bis ich eingestiegen bin, dann kann ich... Aber ist voll ein bisschen umständlich hier mit dem Maus zu steuern. Also zu lenken. So, mit, äh, mit Rechtsklick, ne? Nicht auf meinen Wagen. Oh, sorry, 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 sorry. Tut mir leid, tut mir leid. Alter, gratis, es tut mir leid. Und was macht ihr? Ihr ballert nochmal so. Nee, das ist eher... Ich steuer nicht das, äh, das... Dann lass es doch einfach. So, wir müssen jetzt hier wieder... Da vorne ist einer. Faller lieber auf den Gegner. Gibt's ja auch Schub oder so. Oh, Mann, Alter! Gerade hast du geschossen, als ich Schub gemacht hab. Jetzt müssen wir wieder warten. Wie geht's, Schub? Mit F? Wartet, 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 wartet! Alter, ich fahr überall dran. Was denn? Das kann ich, wenn du rausspringst. Warte doch mal, bitte. Ja, Alter. Wir haben... Die Hand hat das Geld gekriegt, Korsiel. Was... Was... Nix, Geier. Nicht dich! Ich stand jetzt nochmal drüber. Ampelmann. Ja, meinte ich auch nicht. Puma gefahren. Puma gefahren steht da. Oh, nice. So, und jetzt... Jetzt... Über die Rampel, Kumera. Los, 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 los! Oh, Mann! Bist du gerade bei einem von meinen Kamen über die Pisswash gejumpft? Yeah! Mann, ey! Sag Bescheid, wenn du sowas machst! Das war voll abgefahren! So! Gibt's hier noch irgendwelche Gegner hier? Ah, da vorne! Oh, sorry, sorry! Ah! Da reinsteigen wieder! Einsteigen! Boah! Mit dem Geschütz geht man einfach nur aus! Jetzt fliegt der rum, Alter! Geil! Aber Granat oder Raketen wäre vielleicht noch etwas effizienter hier! Alter, ich war immer übergegen, ey! Vollumständlich mit Maus. Hä? Da vorne, da vorne, da sind sie, da sind sie. Warte doch mal. Romera, du kannst gar nicht gut fahren. Du bist so. Ne, die Scheuer ist, belegen zu dürfen. Ist, ist einfach nur hakelig, finde ich. Ja, da, 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 da musst du einen Knopf drücken. Komm! Alter, du, die Kohle! Ich hab... 4477, Alter, lass den Scheiß. hier ist ein Knopf, den musst du drücken ja lass den Scheiß mach mal auf ja Korsl, äh, kommt ja nicht warte mal hier warte mal hier, du, erhält ein Objekt S&S Munitions-Exklusiv lass den Scheiß jetzt ey, hör doch mal auf zu streiten jetzt, Alter, komm ja, ja, drück doch mal ja, wartet doch mal ja film mal dein Leben, Digga ja, nee, hab ich schon genug gechillt, mein Leben mach mal auf jetzt, Alter ja, hier Alter, ich bin schon drüben, ich kann nichts mehr machen geh, rein da gut, steig ein, mein Freund der Rückkehr zu, zu set, ne müssen wir jetzt, warte hier, warte, 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 warte ich warte noch, bist du eingestiegen, das hab ich ja gesagt ich hab was für dich das wusste ich ja nicht wo ist der? wow, 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 ging die Stange fahr ich einfach mal hinterher das war voll der Rale Goumere, lass mich fahren, lass mich fahren oh, da kommen Gegner da waren grad Gegner, meinst du, du machst hier alles klack, Alter Alter, warum fährst du auf mich drauf? ja, keine Ahnung, weil du rückwärts gefahren bist oder so ich kann schon fahren, Corsi lass mich fahren, bitte wir müssen sowieso jetzt aussteigen und zu dem Typen hingehen da kann sich ja demnächst jeder ein eigenes Fahrzeug holen ja genau hierhin mit Dr. Z gesprochen, wir müssen hingehen Dr. Z, der Metz hier worauf schießt der denn jetzt? nirgends hier, hier wird doch grad geschossen ach, hier treffen mit Scherb läuft bei dir boah, Headshot jo, hab's in Fahrzeugen ich würde gerne immer mit den Fahrzeugen rumfahren, Alter ich hab jetzt einen ich hab jetzt neun ich hab jetzt drei drei Waffenslots geil fahr bei Zocki mit, okay? ey, warte mal, das war doch meine Karre steig doch jetzt ein, komm mit da kannst du Geschütze übernehmen oder so mal kurz mal kurz, die dritte Waffe muss ich nur auswählen ich kann nur zwei Waffen Schroßflinte Schroßflinte mach ich, genau jetzt hab ich Snipergewehr Schroßflinte und noch die Fähigkeiten Moment, warte kurz komm, steig mal rein jetzt bitte das hier nächster Level, erneuert 1% Gesundheit pro Sekunde okay, mach ich hab ich komm hier äh, hier, okay so 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 ich bin schon bei dem Typen ja, ich folg dir einfach mal bam das ist ein Gesundheitsteil perfekt oh, da sollen wir das noch mitnehmen hier? da oben, da oben, genau, genau, genau ja den wollte ich mir holen, warte ah, hier gibt's Gesundheitsregenerationsschilds da gibt's eh nix für mich also ich hab genug du auch, ne? ich hab, ich hab genug naja, ich hab genug ah, fuck kann ich nicht rauf kann ich nicht rauf komm rein warte bitte hier oben vielleicht noch gibt's hier was? ah, 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 ah hier noch gibt's hier was einfach nur geil bei dem Teil hat man auch äh, unendlich Munition so, wir müssen mit dem reden ich schieße da schieße da auf Romera die ganze Zeit Alter, hör auf das war nicht riech das war doch euer, Alter macht ruhig eure, eure Ausos hier kaputt, Alter nachher haben wir keine mehr Alter ich steig, ich geh jetzt mal hin noch nicht, noch nicht, noch nicht wir müssen doch mit den Typen da reden alter Zocki, nein Nein das ist scheiße, ne? das ist scheiße, ne? Borderlands funktioniert nicht mehr ja, bei dir? ja ja dann ist wir an der Zeit die Schnitt zu machen wieso wieso gehst du denn da durch? wir müssen doch gar nicht dahin ich bin doch schon längst ich bin doch aus dem Spiel geworfen worden ja, und du hast aber doch immer noch die Reise initiiert ja, aber guck mal, wenn Leute ich kann doch da reingehen das ist doch auch dafür geeignet nein, aber wir sollten doch gar nicht wegen der Mission bevor wir diskutieren lass uns am besten Schnitt machen Punkt ja, genau wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, Freunde bis dann tschüss